Moin moin Leute und willkommen hier zu meinem ersten kleinen Battlefield 1 Video. Jetzt ist ja gerade die Open Beta draußen und da dachte ich mir, komm, spielst du mal ein bisschen Battlefield 1. Dazu muss ich sagen, ich bin nicht der größte Battlefield COD Zocker. Battlefield ist der erste Teil, den ich jetzt mal so richtig zocke. Also nimm es mir nicht übel, wenn ihr Tata sieht, was da passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Scheiße. Au! Unser Haus hat bumm gemacht. Wir sind in der Objektive Challenge. Es bleibt, Shane. Es bleibt. Wir sind in der Objektive Challenge. Wir haben wenigstens der Zandvoort. Ich bin nicht der Zandvoort. Wir haben wenigstens das Benefekt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020